Ich heiße Viktoria Nitzinger und komme aus dem Binsgar. Dieses Semester habe ich an der Universität in Salzburg meinen Bachelor für Lehramt für die Fächer Biologie und Deutsch abgeschlossen. Im Herbst werde ich dann mit dem Masterstudium beginnen. Ich habe mich für das Lehramtsstudium entschieden, da mich meine Fächer bereits in der Schule sehr interessiert haben und ich in diesen Bereichen mehr lernen wollte. Außerdem war für mich schon immer klar, dass ich später einen Beruf ausüben möchte, in dem ich viel mit Menschen zu tun habe und es nie langweilig wird. Das Biologiestudium ist sehr abwechslungsreich, da wir viele verschiedene Themen wie die Zellen, den Mensch, die Entwicklung von Pflanzen, das Verhalten von Tieren, aber auch bis hin zur Entstehung von Gesteinen und den Umweltschutz behandeln. Neben Vorlesungen lernen wir in Exkursionen, die Pflanzen und Steine der Umgebung kennen und in Laboren führen wir interessante Versuche durch. Während meinem Masterstudium arbeite ich nun als studentische Mitarbeiterin in dem Wissenschaftskommunikationsprojekt von Corinna Madrater-Sokolowsky mit. Hier werde ich mich damit beschäftigen, die Lernplattform für die Schülerinnen und Schüler aufzubauen und in den Hands-on-Sessions dann praktisch mit euch an den Schulen arbeiten. Ich freue mich sehr, dass ich die Chance bekommen habe, in diesem Projekt mitzuarbeiten, da hier eine Schnittstelle zwischen Forschung und Schule geschaffen wird. Nach dem Masterstudium möchte ich dann zu unterrichten beginnen und ich hoffe, dass ich meine Erfahrungen aus dem Wissenschaftskommunikationsprojekt und die damit verbundene Arbeit im wissenschaftlichen Labor in den Unterricht einbauen kann. Wenn ihr euch mehr für die Arbeit in einem Labor interessiert, dann schaut euch doch die Videos meiner Kolleginnen an.